Liebe Freunde der Night of the Proms 2005, Mannheim kam hinzu, die neue SAP-Arena und es war auch ein Jahr wo wir wieder mal wegen Tina Turner auf John Miles verzichten mussten. Mejua, der legendäre Bandleader von Live Aid oder Band Aid als auch der Sänger von Ultravox als auch Solist hat ihn mehr als würde ich vertreten. Wir haben die wahnsinns legendäre Rockstimme von The Who den Roger Daltrey präsentieren dürfen und Manfred Mann und Chris Thompson waren die Wiedervereinigung. Da habe ich ewige Jahre für gebraucht. Das war so eine zerrüttete alte Hassliebe zwischen diesen beiden und das war einfach gigantisch. Zwei Töne und die Halle ist weggeflogen. Das war Wahnsinn und wir haben sehr sehr viel Spaß gehabt und das war ein legendärer Moment diese Töne und auch sicherlich noch eine großartige Erinnerung war Suffrey Duo aus unseren beiden Dänen mit ihren fantastischen Perkussionseinlagen und schweigen wir ein bisschen in Erinnerung. Viel Spaß! Beautiful, schön… If you could show me the way, give me a sunny day. Where would I be without your love? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 And who would I be without your love? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020